Du bist nur ein fettes Schwein. Ja, das ist dein Papier. Ja! Gegner fängt an. Okay. So, was habe ich denn hier für Karten? Es ist ein interessantes Deck, möchte ich einfach mal... Also scheiße. Definier du Scheiße. Scheiße. Wie meine Kacke. Nein! Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das leckt mich doch! Alter, du Scheiße. Ich hab Bock mehr da. Ja! Geil, Alter. Oh, Shit. Was soll ich ablegen? Aha. Den da. Weg damit! Ach Gott, die Schwanzflügel. Schwanzflügel? Alter. Sag das noch einmal und dann gebe ich dir eine Schille. Junge! Schwanzflügel! Oh Shit. Okay. Naja, dafür habe ich dich im letzten Duell zerstört, sag mal leise jetzt. Nein, das kann ich nicht dulden. Ich schon. Ich schon. Mein Sohn. So. Oho. Habe ich mir mal so gedenkt? Ich denke auch zu viel. Du sagst, dass ich zu viel gedankt habe. Okay. Alles klar. Leider habe ich auch jetzt nicht so was krasses gezogen. Trotzdem. Ich versuche es mal, ob es geht. Nee, doch nicht. Komm und greif mich an, mach mich glücklich. Ich bin nur ein kleines Tier. Möchte ich auch. Mau. Alter, ich zähle mal die schlechten Karten an. Und ich habe dir schon geholfen, wehste. Sag mal leise, ohlum, ohlum. Oh mein Gott. Es greift an. Es vor allem. Danke. Es spricht unsere Sprache. So. Die habe ich, die habe ich, die habe ich. Dann hätte ich jetzt gerne die. Danke. Danke. Bitte. Danke. Bitte. 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 So behindert, Alter. Ich sage okay. Also bitte. Stresst du sowas? Willst du überhaupt nicht liegen und sowas? Lang. Ja. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? So, jetzt erst mal eins gegen eins auf Nuketurn, okay? Lass das wie echte Männer regeln. Ich hole die Playstation raus. Okay. So, jetzt wirst du von kleinen Viechern zerstört. Dann wird erst mal NHL gespielt, weißt du? Was? Erstmal wird Teletubbies gespielt. Ja, ich auch. Geil. Ja, tu mir weh. Ja, ich tu dir weh. Ich will deine ganze Gewalt spüren. Okay. Ja. Okay. Diese Lache, Alter. Richtiger Pedo. Nee, ein Pedo lacht anders. Achso, und wie? Nein, steck da drin! Was? Ja, was? Nix, nix, nix. Ah, ist der Geck. Allermaler, aqua-maler Spiel. Oh mein... Ein bisschen Friede, ein bisschen Freunde. Oha! Welch ein ganz harter Kerl. Ich bin, ich bin richtig so, weißt du? Gangmanbar und so weißt du? Oha! Nein! Oha! 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 Das hat er jetzt nicht gesagt. Ich bin echt ein Gangster, ich habe ihn noch niemals geklaut. Alle weg. Soll ich dir was sagen? Usanas, Ananas? Ja. Das ist mir egal. So, mein Freund. Wann ist das? Hm, das ist nicht. Öh. Okay. Sei nicht so gierig. Boah, meine Hand schwitzt, eh. Du fette Schwein. Du wirst vielleicht noch eine vierte aktivieren. Ja? Zieh, 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 zieh. Okay, und jetzt? Ähm. So. Oh, die traurige Musik, ey, ich heul gleich. Hä, was? Ich habe hier gerade traurige Musik, so, weißt du, so, 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 so. Debrie und, ne? Alles. Sobald die Lebensenergie sich dem Ende neigt, weißt du? Ach, was, zieh, 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 zieh. Ach, weißt du, was, zieh, 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 zieh. Ach, das ist doch, äh, ja. Du hast alles zerstört. Ach, Mann. Wenn der jetzt nichts mehr machen kann, hast du verloren. Du weißt schon, dass du keinen Schaden machen kannst, ne? Ach so, stimmt. Ja, wegen dieser Friedenkarte, oder? Frieden! Ein bisschen Frieden muss doch sein. Der Schlag ist wie das kleine Schwein. Yeah. Ey, ich war mal Rapper, weißt du? Echt? Mann, der ist King Dingeling, Alter. Ey, was soll denn, dass du homo führst? Homo first? Ja. Nein, nein, das will ich nicht. Alles klar, Mann, was ist das für ein scheiß Deck von dir? Ja, du hast gerade mein Deck ausgekontert. Das ist die Scheiße. Ach, verdammt! Ich hätte auch gesagt, ich kriege keinen Schaden. Das hirkt mich nicht. Du leider auch nicht. Denn durch die Karte Gear hättest du jetzt für jede Karte, die du eben ziehen musstest, 500 Schaden kassieren sollen, wenn du deinen Zug beendet hättest. Ja, das ist ja geil. Ja, eben nicht, weil das hast du jetzt nämlich ausgekontert, indem du die Karte zerstört hast. Ich weiß. Leck mein Finger. Sack. Okay. Friss meine Schorst, Digga. Okay. So gutes Deck, so gut. Und dann zerstörst du es innerhalb von einer Sekunde. Wie du rasiert wirst, olum-golum. So, das auf die Hand. Das auf die Hand. Und das auf die Hand. Da fiel ich die Worte. Mir auch. Wenn du schlecht bist. Ich bin nicht schlecht. Olum doch. Hmm. Greif doch einfach an, ey. Okay. Oh, so spät tut mir leid. Verlade, verloren. Stirb, Kartoffel! Heute nicht. Warte, testen wir aktivieren schnell. Stirb, Kartoffel! Yeah, man! So. Da hat jemand wohl verloren. Kann ich mit leben. Ach so, ja, okay. Tja, da kann man einfach mal nur sagen, ne? Äh, äh. Ich gewinne. Wählen Sie bitte Ihre Karte aus. Tut mir leid. So. Ich will nicht anfangen. So, wir warten, wir warten, wir warten. Er kann nichts machen. Also, gib einfach auf. Ich konnte was machen. Und es gebe niemals auf. Okay. Ähm, ja, ich kann auch was machen. Laut, ich kann nicht. Reicht mir mal eine helfende Hand. Okay. 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 Du hast doch 10.000. Er ist bestimmt der Star beim jeden Popel-Wettbewerb. Ja, auf jeden. Oder Wix-Wettbewerb. Da braucht er nicht erst mal 90 die Hand wechseln, da. Kann er 99 mal die Hand wechseln, ja. Also noch einen weißen holen. Und auf den blauen, einen grünen, einen lilanen. Ja. Oh. Der Swellings-Ausbruch-Drache. Uh. Tja. Gegen meine unumwindbare Verteidigung. Ich weiß nicht mehr, was dein Effekt ist, Alter. Ah, alles klar. Der war gut, mein Sohn. Ah, ah. So. Jetzt willst du mir mal was Schönes. Okay. Kann ich tatsächlich mitnehmen? Okay. So. Was hätte ich denn hier gerne? So. Ähm. Ja. So. Nachdem wir dies erledigt haben, gucke ich mich kurz mal hier rein. Oho. Ja, schön. Gut. Dann. Ja, an sich. Da ist er wieder. So. Oh Gott. Alter, was ist denn das, Mann? Dein Albtraum. Nein. Huh, was ist denn da los? Du wirst mich doch verarschen, Alter. Was was Schönes ist? Jetzt kann ich den nämlich holen. Geil. Und mich da eine Karte holen. Du fetter Frischkopf. Du fetter Krieger. Ja. Und wie sie sehen, sehen sie jetzt wahrscheinlich Ironclaw, der gerade in Skype online kommt. Hallo. Okay. Ich hab verloren. Ich kann nichts machen. Ich hasse dich. Ich mich auch. Das sind wir ja schon zu zweit. Achso, ja. Ist doch geil. Es ist geil, Nashlar zu sein. Das ist geil. So richtig tränkig und gemein. Das ist fein. Bist du schwule? Was dagegen? Nein, danke. Ich bin weder schwul noch homosexuell. Geil, okay. Was ist der Unterschied? Der Schwule hat ein Ding und steht auf Männer. Achso. Und der Homosexuelle hat kein Ding und steht auf Männer. Mit anderen Worten, Frauen sind homosexuell. Denen sie haben kein Ding, die meisten jedenfalls und stehen auf Männer. Das ist sehr informativ. Das ist sehr informativ. Es ist auch philosophisch. Das ist sehr informativ. Das ist sehr informativ. Das ist sehr informativ. So, das wird jetzt ein Untergang sein. Du weißt, was jetzt kommt. Die gefürchteste Furz-Attacke? Äh, ja, das auch. Aha, der Max ist da. Der Maxi. Maxi Milan Pegasus. So, das schmeckt doch geil. Ne, ne. 3000 in die Fresse. Und dann noch 1400. Rimmel, du. Ich aktiviere meine Fallenkarte. Nein. Äh, okay. Geil. Alle Duell habe ich einfach gewonnen, ey. Ich bin der King.